willkommen zurück meine lieben zuschauer bei dass die sind wir sind immer noch mit schlammingen unterwegs und ja ich habe mich gerade etwas ablenken lassen und wasser haben sie doch etwas wasser ja wir haben in der letzten folge jetzt alle nebenquests hier schlammigen ab angenommen die daneben konnten und dann geht es jetzt wohl hier die dunkelheit herunter speicherpunkt und irgendwas macht hier ein erdbeben ja wir wollen schon von den bösen stacheln hier gewarnt da sollten wir uns in acht nehmen ja das war nicht gut so kommen wir besser drüber also irgendwas verursacht hier erdbeben das gefällt mir schon mal ganz und gar nicht werfen wir uns mal ein hühnchen ein auch nicht hier schon wieder diese komischen resonanz pilze okay hier können wir uns nach unten fallen lassen und den händler habe ich jetzt noch nicht gefunden gefährliche plattformen schaf nummer zwei gefunden und hier geht es weiter nach unten so wollte ich da nicht runter okay das hier ist definitiv ein gefährlicher ort äh sollten wir die explosions frucht mitnehmen nö die können wir holen falls wir sie brauchen einfach mal hier rückwärts hüpfen 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 hier können wir nicht unten durch okay hier sind wieder solche ich habe das mit den farben bei diesen pilzen noch nie richtig verstanden wieder ein kletterhaken und da ist mal wieder ein käfig an dem wir aber nicht so leicht bekommen hier kommen wir auch nirgends dran okay und die musik wird hier etwas dramatischer ist hier irgendwas nö aber im nächsten gebiet ist die fahne das rote leuchten macht mich nervös hallo große pilze da können wir auch nur durchrutschen wieder wow 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 also hier sieht es definitiv gefährlich aus neue fähigkeit zeitschritt in hocke verfügbar es und space ah ja jetzt können wir das hier endlich machen das scheint uns auch keine energie zu kosten au aber wenn wir jetzt was falsch machen dann kriegen wir eins auf den latz geballert so jetzt möchte ich mal hier gucken truhe hoch 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 und rüber wow verdammt viele brezeln rein ins dunkel welcher höhenforscher der noch ganz bei trost ist würde so weit nach unten vorstoßen niemand außer ein paar mürrischen höhenbewohnern grässlichen monstern und explodierende dingen außerdem habe ich herausgefunden dass ich das wort höhenforscher mag und wir haben brezeln die gut was heilen na komm machen wir gehähnchen fast nieder und wir haben sogar heißen kakao gefunden der truhe praktisch und ich glaube wir sollten das geht dann auch irgendwann mal in schlüssel investieren ha der neue ruf ist toll so jetzt kommen wir nämlich an orte an die wir vorher nicht kamen nein hier nicht lang ich bin da oben lang da oben ist nämlich glaube ich richtig um zum käfig zu kommen jawohl öffnen wir den mal wow das hier ist jetzt etwas schwieriger ja aber wir haben ihn aufgekriegt was zum du hast einen freund gefunden und dauerhaft 5% gesundheitsbonus erhalten besuche deine freunde in der weihestätte wir haben den spielanke befreit was zum also ja wer das spielanke nicht kennt dem wird das jetzt hier nichts sagen aber was zum warum war da der spielanke drin okay jetzt will ich nochmal hier lang gucken die minute nehmen wir uns wo ich hier hinkomme ah ja okay hier lande ich einfach nur wieder zurück und hier komme ich nicht lang das macht mich jetzt gerade fertig dass der da der spielanke drin war und das war wieder falsch ich habe ja alles mögliche in den käfigen gewartet aber den das ist ja das mit dem rum fliegen ist auch etwas tricky mit dem rum strafen Nein, ich will hoch. So. Er ist immer noch hier. Und wir sind wieder auf dem Weg zurück. So, hier kurz speichern. Okay, durch die Stacheln kann ich noch nichts twelfen. Ah, blau heilt. Das ist cool. Das ist gut zu wissen, dass blau heilt. So, da können wir noch nicht hochklettern. Ich denke, dafür gibt es auch irgendwann eine Fähigkeit. Ja, das ist ja glitschig hier. Hier drüben gibt es keinen Weg weiter. Hey, aber wir könnten die hier mitnehmen. Okay, die ist gerade explodiert. Was ist das hier? Ah, der Schlagstock. Den der alte verloren hat. So, kommen mit uns wieder Bombe. Die können wir tatsächlich mitnehmen. Oh, und sie fängt an zu ticken. Au, jetzt bin ich da in die Stacheln geflogen. Und das war ein Quit. Ich sollte vorsichtiger sein hier. Definitiv. Soviel zum Thema vorsichtiger sein. Oh ja, Heilung. Komm, wird blau. Nein, nicht rot. Ja, sehr nett von dir. Rot ist nicht das, was wir wollen. Rot ist auch nicht das. Blau. Da war ich zu gierig. Ah, gehen wir lieber wieder nach oben. Au. Hier ist es echt rutschig. Das mache ich nicht mit Absicht. Aber ich glaube kaum, dass wir die Bombe hier hochkriegen. Ach, hier ist Händler. Hi, hi. I am here to serve. Okay. Wie viele Schlüssel haben wir denn? Drei. Ich kaufe dir mal drei Schlüssel ab. Zimtgepäck. Die heilen 100. Die heilen 140. Nö, Highlighters brauchen wir zur Zeit nicht. Oh, doch. Ja, gehen wir uns mal mit. Leben zufrieden. So, Kumpel, wo bist du? Wir haben da einen Schlagstock. Hoch, hoch, hoch. Jetzt lassen wir mal kurz auf die Karte gucken. Da und da. Sind auf jeden Fall noch Schätze. Und da auch. Und da. Und da können wir nicht hochklettern. Ich glaube, wir gucken erst einmal, dass wir das Schaf dort drüben bekommen. Weil da war ja ein Schaf. Opo, hast du noch was zu sagen? Ja, klar. Wir helfen ihm. Hallo, Schäfchen. Was soll ich das denn? So, weg mit euch. Achso, ich wurde von so einer Flasche getroffen. Gerade eben schon wieder. Bin vergiftet. Ich werfe mir mal eine Brezel ein. Ja, genau. Springt hier runter. Oh, Zilchgebäck. Locken die. Das ist... Wow. Level up. Hm. Fidget? Nein. Mehr Lebenspunkte. Taucheranzug. Taucheranzug. Warte. Den will ich mir ansehen. Taucheranzug. Plus 25 Verteidigung. Viel Glück. Benötigt aber zwei Schleime. Die wir noch gar nicht gesehen haben. So, weg mit euch. Hallo, Schaf. So. Schaf und ein Schlüssel. Zähne. Mehr Münzen. Ich brauche auf jeden Fall noch die vier Schlüssel für die Käfig in der Lichtung. Ich glaube, das ist nicht so. Der hat nicht der einzige Käfig. Ich glaube, in jedem Gebiet gibt es wahrscheinlich ein Käfig. Ich glaube, das ist nicht so. 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 Über den Savepoint. Hä? Achso, stimmt ja. Das war so rum der Weg. Äh. Nein. So, so. Heilzeug. Heilzeug. Ah. Wieder verkriegt. So, da kamen wir. Was haben wir viel für Anhänger alles bekommen? Anhänger des Armen. Wir haben verzogenen Anhänger. Davon haben wir, glaube ich, einen. Wir haben hässlicher Anhänger. Wow. Der macht schwach. Wo haben wir den bitte gefunden? Aber hey, den behalten wir. Der ist nämlich gut für, wo ist es denn? Ein Kombo-Brecher. Aber ja, ich habe gerade vergessen, das Gift wegzumachen. Für den Kombo-Brecher ist der gar nicht mal so schlecht, wenn wir eine Stelle finden, an der wir die Tausender Kombo machen können. Aha, gut. Wir haben da einen Stock. Oh, mein Stuck. Du hast sie gefunden? Jetzt kann ich zurückkommen zu diesem gut für nichts Trollk, der hat meinen Bein gebrochen lassen. Wow, warte mal, Blob. Du hast besser keine Kampf in deiner, äh, Konditionen gefunden. Da hat er das Recht. Das ist eine Rolle von Ehre. In Revenge. Und schützende Dinge mit Stücken. Hm. Ja. 400 Beine. Hier haben wir ja schon. Hm. Gut, hier können wir durchrutschen. Oder eben die Trolldinger geben. Aber ich sehe gerade, wir sind schon weit über der Zeit. Deswegen mache ich jetzt erst einmal wieder einen Cut. Also bis gleich. Tschüss. Okay. amentos. bedsvern Пред